Einen wunderschönen guten Morgen und Hallo! Ich zeige Ihnen heute eine wunderschöne kernsanierte Altbauwohnung in einem 15. Bezirk in der Toskasse im Hochparterre mit circa 60 Quadratmeter. Die Wohnung, die ich Ihnen jetzt hier zeige, ist das Pendant im dritten Obergeschoss. Diese Wohnung ist schon fertig und die Wohnung im Hochparterre ist gerade in Sanierung und wird in wenigen Wochen exakt gleich aussehen. Vom Eingangsbereich schwenken wir zurück hier gleich einmal das WC. Bad und WC ist getrennt. Gehen dann über den Vorraum. Sie sehen noch einmal zurück schon hier einmal ein großes Fenster. Auch ein großes Fenster. Dann im zweiten Vorraum kommt den Verteiler Richtung Küche. Sie sehen hier, das ist der Kochbereich. So eine kleine Nische. Perfekt geplant dieser Bereich. Und dann schauen wir weiter in den großen, circa 30 Quadratmeter großen Wohnbereich. Ausrichtung haben wir hier Osten. Das heißt, Wohnbereich ist Richtung Osten ausgerichtet. Und der Schlafbereich dann Richtung Innenhof, Richtung Westen. Das heißt, der Schlafbereich ist wunderschön ruhig. So, dann zeige ich Ihnen das Badezimmer. Die Fliesenmaterialien sehr zeitlos. Laufen Keramiken. Eine barrierefreie Boden. Ehe eine Dusche. Eine Glaswand. Alles, wie gesagt, kernsiniert. Neue Fenster. Neue Böden. Neue Leitungen. Sie bekommen eine Top-Wohnung im Erstbezug. So, und last but not least. Hier noch, wie gesagt, im Innenhof liegend, westseitig ausgerichteter Schlafzimmer. Ich zeige es Ihnen jetzt noch von der anderen Seite. So, da haben Sie den Blick dann hinaus Richtung Innenhof. Wie gesagt, zu 100% Hofruhe lag. Ja, eine Top-Wohnung im 15. Bezirk lässt sich als Eigenbedarf hervorragend nutzen, aber auch über Airbnb vermieten. Das heißt, im Wohnungseigentumsvertrag steht dies auch verankert. Alles erlaubt. Alles fein. Ich freue mich auf eure Anfrage. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.